Hör du mich? Was ist denn hier passiert? Geil, Alter. Ich bin richtig, motherfucker. Hallo, du Typ in Schwarz! Was geht's? Guten Tag. Kannst du helfen? Hilfst du mich nicht? Achso, ich dachte, sie werden verwundert. Sie können mir bedeutend helfen, indem sie ihre Maske abnehmen. Das war klar, dass es kommt. Tut mir leid. Vielen Dank. Kein Problem. Ach du, KG, was ist denn hier passiert? Fangen Sie lieber nicht. Wir haben mit Fingerfarbe gemalt. Das ist ein Drecker. Und Sie sehen soweit auch gut aus. Ja, ja. Na gut, ich habe extra eine erste Ausbildung gemacht. Fangen Sie bei dem Kopf, der am Boden liegt. Ach, na, sie waren doch der von gestern. Was waren gestern? Also mit dem Schale einnehme ich mich, glaube ich, so leicht an sie. Oder was haben wir denn zusammen gemacht? Also das war das mit dem Herr Salami. Nicht Macaroni? Waren Sie der Praktikant oder was? Nein, ich bin nicht der Praktikant. Das war die Antonia oder wie sie ist. Na, ich weiß jetzt gerade nicht. Also ich wurde auf jeden Fall von einem von euch überfahren. So viel steht fest. Ach so. Also da wäre ich schon mal rigorisch drin in dem Kreis, der sie überfahren hätten können. Von meiner Kompetenz her. Aber ich habe es nicht gemacht. Das war ja gut. So. Na, wir können mal ein Tricker wieder heimachen. Ich will nach Hause fahren. Ein Tricker heile machen. Da gucken wir mal. Ach, und lass mich leider frei, weil dann kann ich dir helfen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ich bin kaputt, ich weiß. Also mit dem fahren sie erstmal nicht mehr. Ich glaube generell nicht mehr fahren. Herr Froschenrack. Also, muss ich verstehen, warum hier so viele Polizisten für den Tricker sind. Nein, das war gar nicht. Fangen wir mal drauf. Oder fragen zwei Polizisten am Boden. Der weiß da mehr davon. Das Blut hier spielt Laserpointe. Na gut. Wieder Blut, hä? Frau Medic! Das ist ja mal großartig. Sie kriegen natürlich keine Strafe. Wir machen ihren Traktor wieder heile, ne? Ach so. Ach so. Ach so. Ich will eine Polizeikompetenz. Polizeikompetenz. Ich weiß. Ich weiß. Polizeikompetenz. Geil. Lass mal frei. Ich spüle wieder weiterfahren. Nein. Erstmal kommen gleich die Medics. Da können wir alle einmal hier Dings machen lassen. Ja, ich freue mich an den Reifen. Wir haben gesehen. Der Durchfahrer ohne Reifen. Warum fahre ich eigentlich schieße ich den ohne? Ach duke. Umgarnischen. Ja, warte. Ich reprise kurz. Alles. Du kannst uns umdrehen. Ja, das lieber nicht. Das... Gibt's jetzt? Ja, schon ein bisschen länger. Muss ich gar nicht. Max Geschwindigkeit, Feldstärken. Ja, da ist so blau hier alles. Ne, 1 bis 5. Dann kommen die Silbernen und dann kommen die Goldene. Genau. Und von den Goldene müssen sie sich nach dem Reifen weisen zu sagen. Gib auf allen Fick. Dann kommen die Silbernen und dann kommen die... Vorsicht, ich dreh mal kurz um, ne? Ja, dann brech ich kurz ab und mach mich mal auf den Weg. Ach so. Alles gut. Jetzt ist mein Schrecker kaputt! Du kleine Spassi! Alles gut bei Ihnen? Das Ding war fertig. Die Mädels... Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Zieh den dir weg! Zieh den dir weg! Zieh den aus! Was? Der ist komplett auseinandergezogen. Ich kann den nicht umlassen. Kann mich hier immer frei lassen! Was kinkt denn? Ja, wenn das dann kinkbar ist! Ich glaube dem! Ich habe den mein Bein geladen. Der ist im Kopfauto. Scheiße! Ich muss mich mal frei lassen. Ich müsste was kinkt denn! Wo ist er? Ist tot? Nein! Nein! Unter dem Auto! Oh fuck! Alter, guck den Arm! Oh my god! Ich muss was kinkt denn! Oh Gott! Was kinkt denn! Oh Gott! Was kinkt denn! Was kinkt denn! Nein! 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 Also ihr könnt euch gut sagen, der Arm ist ab! Hahaha! 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 46 große ballistische Traumata! 29 große Schnittboden! Okay! Und 35 große Quid! Hahaha! 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 Was passiert jetzt noch unter Betriebsunfall? Haha! Ah du Scheiße! Hahaha! 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 Hahaha!